Der Weltmeister des Akkordeonspiels, David Anzaghi, ließ in der überfüllten Hamburger Musikhalle einige Proben seines virtuosen Könnens hören. Der junge Italiener begann mit dreieinhalb Jahren seine ersten Übungen und ist heute mit 14 Jahren der Meister der Akkordeon-Kapriolen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020